Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 24. November 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1124. Heute mit den folgenden Themen. Ikea Symphonisk, WhatsApp, Tile, Meter, Spionagesoftware, Xiaomi und Stadia. Dann würde ich doch sagen, beginne ich gleich mal mit dem ersten Thema. Das denn da wäre Ikea Symphonis, genau. Laut diversen Quellen in diesem Internet sollen die Dinger anscheinend ausverkauft werden. Da bin ich mal gespannt, ob es wie beim Lampenschirm so ist, dass eine zweite, eine neue Version nachfolgt und oder nicht. Ich habe bei Ikea Schweiz nachgefragt und warte noch auf Antwort. Hierfür danke ich den zahlreichen. Es waren ja doch neun Rückmeldungen, die ich insgesamt bekommen habe in die Richtung, die mir die Infos gesteckt haben. Unter anderem, ich bin so gut mit Namen. Martin war es und all die anderen, dessen Namen nichts. Ich hätte nicht mit Namen beginnen sollen. Das ist nicht gut. Ich bedanke mich bei euch allen auf jeden Fall. Dann kommt WhatsApp. Ja, WhatsApp dieses Messaging-Dingens, das man nutzen kann, wenn man will. Die haben neue Datenschutzrichtlinien. Nachdem sie in der EU einen schönen Batzen Geld als Strafe bezahlen haben dürfen, 225 Millionen Euro waren es, haben sie sich jetzt doch dafür erlaucht, die Datenschutzrichtlinien ein bisschen anzupassen. Kann man anklicken und bestätigen, wenn man mag. Teil, ihr mögt euch erinnern, die Firma, die Apple wegen den AirTags verklagt hat, die haben jetzt ein neues Mutterunternehmen. Sprich, die wurden aufgekauft und zwar von Live360. Kennt ihr nicht? Nicht schlimm. Kannte ich vorher auch nicht. Das ist eine Ordnungs-App. Die hatten bis jetzt keine Hardware. Die hatten nur Software, Premium-Dienste etc. Und die haben sie jetzt mit Teil einfach ein Stück Hardware dazu gekauft. Macht ja definitiv Sinn für die. Bin mal gespannt, wie es da dann weitergeht. Auch Sinn macht die neueste Apple Watch App. Also ob es die neueste ist, weiss ich nicht. Aber eine der neueren und zwar die für den Meter. Meter ist diese kleine Nadel, die man in Fleisch stecken kann und dann auf dem Smartphone oder im Web verfolgen kann, wie der Zustand dieses ist während des Grillens. Die hat jetzt, wie gesagt, eine Apple Watch App bekommen und das freut mich sehr als Nutzer dieser kleinen Nadel. Und endlich auch auf der Apple Watch. Dann gibt es Neuigkeiten von Apple und zwar in Richtung NSO Group. NSO Group, die ist die Firma oder die Gruppe dahinter ist die Firma, die oder die Unterfirma, die Spionagesoftware Pegasus gemacht hat. Ich glaube, aus dem israelischen kommend. Die haben ja so eine kleine Schwachstelle und drei ausgenutzt und dann ganz viele Journalisten und auch andere Menschen ausgehorcht. Und Apple hat jetzt die verklagt wegen eben dem, was sie getan haben und dafür Geld verlangt haben. Und auch eine Möglichkeit eingeführt, dass zukünftig, wenn man von so einer Software, nicht angegriffen, sondern observiert wird, eine Meldung bekommt. Finde ich schön. Dankeschön, Apple. Xiaomi hat auch ein bisschen was nicht umsetzen können. Man hat ja schon vor längerem Zahlen von Apple gehört an der Quartalskonferenz. Es waren damals, ich glaube, sechs Milliarden, die sie nicht oder Millionen, die sie nicht umsetzen konnten. Bei Xiaomi sind es 20 Millionen Smartphones, die sie nicht haben verkaufen können, weil sie die Chips dazu nicht hatten. Ziemlich, ziemlich unschön. Das tut natürlich im Wachstum nicht so gut. Wer sich da genauer für Zahlen interessiert, in den Shownotes auf daily.giktok.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens habt ihr da was verlinkt zum Nachlesen. Für all die Nutzer von Stadia, die sollten sich wieder mal einloggen, denn aktuell gibt es wieder ein paar neue Spiele, die ihr euch klicken könnt for free. Zum einen, und da habe ich natürlich gleich zugeschlagen, der Farming Simulator 22, Rayman Legends ist mit dabei und so weiter und so fest, Falconier oder Rackfest. Alles andere auch dazu, die Shownotes bemühen und oder euch einfach bei eurem Stadia, Stadia, Stadia Account einloggen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen, erfolgreichen Tag. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und ja, freue mich auf eure Rückmeldung, Feedback etc. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.